Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du reich werden willst. Ich möchte in diesem Video hier einmal eine Lanze brechen für all die Personen, die jung sind, die ambitioniert sind, die hungrig sind, die Geld verdienen wollen, die Karriere machen wollen, die reich werden wollen, aber sich irgendwie schlecht dafür fühlen, weil ich kenne das, ich weiß, wie es ist. In Deutschland ist es irgendwie so, dass man sich gefühlt schlecht fühlen muss, wenn man sagt, man möchte reich werden, man möchte Vermögen aufbauen. In anderen Ländern wird man gefeiert, da werden Leute gefeiert, die irgendwie Vermögen sind, die sich vielleicht auch mal ein tolles Auto kaufen können, die sich mal ein tolles Haus kaufen können und in Deutschland ist es ganz anders, da sind die Superreichen, die halten ihr Vermögen versteckt, die geben sich nach außen ganz bodenständig, ganz bedeckt, weil man ja nicht auffallen möchte, dass man reich ist, dass man Vermögen hat. Man spricht auch nicht öffentlich über Gehalt, niemand will sagen, wie viel er oder sie verdient, weil das einfach ein Thema ist, über das man hierzulande nicht spricht und ich weiß, dass es viele von euch da draußen gibt, die eigentlich sich als Ziel gesetzt haben, ich möchte mir ein Vermögen aufbauen für mich, für meine Familie, für die Leute, die mir nahe liegen, damit ich meine Ziele verwirklichen kann, die sich dafür aber schämen, die sich dafür schlecht fühlen. Und wenn das der Fall ist, dann fängst du an, dich selbst zu sabotieren und machst nicht die Sachen, die dafür notwendig sind, dass du dir wirklich Vermögen aufbaust und dass du wirklich reich wirst. Und nachdem das, worum es bei uns immer auf dem Kanal geht, sprich Karriere im Investmentbank, in der Strategieberatung, im Private Equity, bei großen Startups, vielleicht auch mal die Gründung von einem eigenen Unternehmen, nachdem das natürlich Wege sind, wo man automatisch reich wird und sich Vermögen aufbaut, wenn man da erfolgreich ist und es lange durchzieht, dann sorgt das eben dafür, wenn du diesen Denkfehler hast, dass du denkst, es ist falsch, reich werden zu wollen, dass du diesen Weg nicht richtig durchziehst und dabei scheiterst. Und das ist einfach sehr, sehr schade. Und deshalb möchte ich darüber im heutigen Video einmal mit dir sprechen. So, wie gesagt, in Deutschland muss man sich dafür schämen, in anderen Kulturen wird man dafür gefeiert. Und meiner Meinung nach wird man komplett zu Recht dafür gefeiert, wenn man sagt, ich habe als Ziel, reich zu werden. Ich möchte viel Geld verdienen und ich möchte mir ein Vermögen aufbauen. Warum ist das so? Nun, erst einmal müssen wir uns überlegen, wie wird man denn reich? Wird man reich, weil man anderen Leuten was wegnimmt? Wird man nur dadurch reich, indem man jemandem irgendwie was wegnimmt und der hat dann gar nichts mehr und ich habe alles? Oder wird man reich dadurch, indem man Mehrwerte schafft? Indem man irgendetwas aufbaut, indem man beispielsweise für ein großes Unternehmen Mehrwerte schafft, das wiederum ganz viele andere Mehrwerte schaffen kann. Und du tust mit deiner Arbeit einen Mehrwert für das Unternehmen leisten, sodass dieses Unternehmen sagt, okay, der Mehrwert, den du mit deiner Arbeit geschafft hast, ist mir mehr wert, als ich dir Gehalt bezahle. Und daher zahle ich dir dein hohes Gehalt. Wie funktioniert das wohl? Nimmst du dem Unternehmen was weg und das Unternehmen hat dann weniger? Oder bekommst du von deinem Unternehmen etwas von dem, was du geleistet hast? Wie funktioniert das, wenn du ein Unternehmen gründest? Nimmst du dann anderen Leuten was weg? Oder leistest du Mehrwerte für deine Kunden? Leistest du Mehrwerte für deine Mitarbeiter, indem du Arbeitsplätze schaffst und baust dir so dein Vermögen auf? Das heißt, ganz, ganz viele Leute haben initial erstmal einen komplett falschen Mindset, wie man sich denn Vermögen aufbaut, wie man dann reich wird. Und zum Beispiel der Weg, um den es hier bei uns geht, wenn du irgendwie Karriere machst, in entscheidender Position, dort verdienst du nur so viel Geld, dort bekommst du diese Verantwortung, weil du Mehrwerte schaffst. Wenn du ein erfolgreiches Unternehmen gründest, dann schaffst du dort Mehrwerte. Und dadurch, dafür wirst du belohnt. So, das ist erstmal der allererste Punkt. Das heißt, es ist grundsätzlich was Gutes, das Beiprodukt auf dem Weg reich zu werden, weil du nur dann reich werden kannst, wenn du diese Mehrwerte schaffst. So, du machst etwas Sinnvolles und dafür wirst du belohnt. Das ist schon mal der erste Punkt, warum du dich nicht dafür schämen musst, wenn du sagst, du willst reich werden. Weil dieser Reichtum kommt dadurch, dass du etwas Gutes hinausbringst, was anderen Leuten einen Mehrwert bringt. So, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass es doch so ist, dass dir das Kapital, was du hast in unserem aktuellen Wirtschaftssystem, Möglichkeiten bietet. Das Kapital bietet dir Freiheit, das Kapital bietet dir einen gewissen Handlungsspielraum, wenn dir etwas passiert, wenn deiner Familie etwas passiert, wenn deiner Community etwas passiert, wenn dem Bereich etwas passiert, wenn sämtlichen Bereichen irgendetwas passiert, mit denen, wo du sagst, das sollte nicht passieren, ich möchte eine Lösung schaffen, dann bietet dir dein Geld eine Möglichkeit, dafür eine Lösung zu finden. Es ist so, dass dir das Vermögen, was du aufbaust, so viele Möglichkeiten gibt, dein Leben so zu gestalten, wie du es gestalten möchtest, das Leben von anderen Personen zu erleichtern, wenn du ihnen das Leben erleichtern möchtest. Und das ist etwas, wofür man sich nicht schämen sollte. Es ist nicht verwerflich, zu sagen, okay, wenn meinen Eltern, Gott bewahre, irgendetwas passiert gesundheitlich, dass ich in der Lage sein möchte, ihnen die allerbesten Ärzte auf der Welt organisieren zu können. Es ist nicht verwerflich, zu sagen, okay, ich komme ja aus einem absoluten Problembezirk und ich möchte den Kindern bei mir in meinem Problembezirk, wo ich eins davon war vor 25 Jahren, möchte ich einen coolen Sportheim durchfinanzieren, damit die Sport machen können, damit die Spaß haben und so weiter und so fort. Oder zu sagen, okay, es gibt den und den Problembezirk in der Welt, mir ist es ein Anliegen, da Schulen zu bauen, für Grundversorgung zu sorgen und so weiter und so fort. So, wenn das dein Anliegen ist, dann kannst du das mit dem Geld ermöglichen und du kannst es auf einer viel, viel größeren Skala ermöglichen, als wenn du irgendwie einer Person hilfst. Und natürlich, ich finde, jeder soll sein Leben so leben, wie er oder sie möchte. Es ist immer toll, ob du jetzt 100 Personen hilfst oder ob du 100 Personen hilfst. So, am Ende des Tages hast du Personen geholfen. Aber, wenn du mit dem Geld etwas Sinnvolleres anfangen willst, dann kannst du das machen. Das ist der zweite Punkt. Du kannst komplett altruistisch agieren und trotzdem reich werden wollen und viel Geld verdienen wollen. Das sind Sachen, die sich nicht gegenüberstehen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist ja auch, dass das Geld, was du anhäufst, typischerweise eben nicht in einem Geldspeicher gehortet wird, wie bei Dagobert Dac, sondern man ist typischerweise, zumindest zu einem großen Anteil, wieder reinvestiert. Ja, also zum Beispiel, du verdienst viel, aber dann holst du dir zum Beispiel, kaufst du eine Immobilie, da wird vielleicht eine Wohnung gebaut, da wird ein Haus gebaut, was sonst nicht gebaut werden würde. Dann verdient der Bauträger wiederum Geld, dann verdient die Handwerker Geld und, 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 und. Dann kann da jemand anders einziehen, der vielleicht sonst nicht so eine gute Wohnung gefunden hätte, und, und, und. Wenn du Aktien kaufst, dann kann das Unternehmen mit diesem Geld wiederum wirtschaften, wenn du der Meinung bist, dass es ein sinnvolles Unternehmen ist, wo es Sinn macht, Geld zu allokieren. Das heißt, am Ende des Tages ein Großteil von dem Vermögen, das du verdienst, wird ja von dir auch wieder in den Umlauf gebracht. Und alleine dadurch ist ja dieser Gedankengang, dass man da irgendwie selber was hat, was dann andere nicht haben, kompletter Schwachsinn. Das heißt, bitte denke nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise falsch wäre, wenn du für dich als Ziel verfolgst, reich werden zu wollen. Es ist auch in Ordnung, wenn man das nicht als Ziel hat. Ich sage jetzt nicht, dass du auf Leute herabschauen sollst, die nicht vorhaben, reich zu werden, die andere Ziele im Leben haben. Und auch du solltest bitte andere Ziele auch noch im Leben haben, außer nur reich zu werden, um egal welchen Willen. Aber hab nicht diese Scham, hab nicht irgendwie das Gefühl, dass irgendwas falsch mit dir ist oder so, oder dass du eine eiskalte Killerin, ein eiskalter Killer bist, nur weil du reich werden willst, sondern es ist vollkommen in Ordnung, wenn das dein Ziel ist. Und am Ende des Tages sind wir heute in einer Welt, in einer Situation, wo es für jemanden wie dich, der dieses Video anschauen kann, der diesen YouTube-Kanal verfolgen kann, der die Möglichkeit hat, irgendwie dann auch sich Unterstützung zu holen und, und, und. Ist es so leicht, wie vermutlich noch nie zuvor, reich zu werden und sich Vermögen aufzubauen. Durch zum Beispiel einfach einen sehr gut durchstrukturierten Berufseinstieg in Top-Branchen, wo man weiß, da kann man viel Geld verdienen, wie zum Beispiel im Investmentbanking, in der Strategieberatung, im Private Equity. Durch eine Unternehmensgründung beispielsweise. Da hast du heute so viele Möglichkeiten für, weshalb du es vermutlich, wenn du mal ein paar Generationen zurückschaust, die meisten von uns haben jetzt ja nicht einen Ahnenstamm, der irgendwie hunderte Jahre zurückgeht, aber überlegt mal irgendwie, die Eltern von deinen Eltern, die Eltern von denen, ihren Eltern und von denen, die Eltern und von denen, die Eltern, wie hart die arbeiten mussten, sehr wahrscheinlich, um über die Runden zu kommen. Und dann ist mal irgendeine Katastrophe passiert und dann haben die zwei Monate kein Geld verdient und dann sind die teilweise verhungert vor einigen hunderten Jahren. So und du hast heute wirklich die Möglichkeit, durch harte Arbeit und dann irgendwann auch durch smartes Investieren auszusorgen, sowohl für dich und vielleicht auch sogar so reich zu werden, dass auch deine Kinder ausgesorgt haben. Und natürlich sollen deine Kinder auch smart werden und auch irgendwie was aus sich machen und, 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 und. Aber du kannst im Vergleich zu den vorherigen Generationen sehr, sehr wahrscheinlich deutlich schneller wirklich ein sehr ordentliches Vermögen aufbauen und viele der Probleme, die du in deinem Leben hast, die mit Geld verbunden sind, wegradieren. Weil es ist einfach so, dass man einfach viele Probleme, über die man sich alltäglich Gedanken macht, mit Geld lösen kann. Geld ist nicht die Lösung für alles und da sollte für dich auch nicht der Hauptantrieb sein, hier irgendwie reich werden zu wollen, sondern sollte auch noch andere Sachen in deinem Leben geben. Aber es ist vollkommen in Ordnung, wenn das eines deiner Ziele ist, einfach reich zu werden und dir ein Großvermögen aufzubauen. Wenn du dabei unterstützt werden möchtest, indem du Karriere machst im Investmentbank, in der Strategieberatung, im Private Equity, weil du alles aus deinem Studium rausholen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Das heißt, wir zeigen dir jetzt nicht, wie du irgendwie Dropshipping machst oder sonst was oder ganz kurzfristig durch Trading Geld verdienen kannst oder sonst was, sondern wir zeigen dir auf, wie du in die Top-Wirtschafts-Jobs reinkommen kannst, wo du einschließt, Geld davon 70.000 bis 100.000 Euro oder sogar noch mehr erzielen kannst, wo Millionen Gehälter möglich sind und das geht. Das geht für sehr, sehr viele Leute, die hier zuschauen. Man muss natürlich im Studium sich richtig ins Zeug legen. Man muss gewisse Schritte machen, um die es hier auf diesem Kanal geht. Das heißt, falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, abonnier den Kanal auf jeden Fall. Schau dir mal die ganzen anderen Videos an. Lies gerne mal mein Buch nach. Ganz oben findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt und wenn du dann das Gefühl hast, ja, das ist was für dich, dieser Weg, du möchtest erfahren, wie wir dich dabei unterstützen können. Wir sind eine Karriereberatung für Studierende. Wir arbeiten da schon mit weit über 1.000 Studierenden zusammen. Wir machen das seit über vier Jahren. Das heißt, wir wissen genau, wie kommst du in diese Top-Jobs in der Wirtschaft und wie machst du dann da auch langfristig Karriere? Dann melde dich sehr gerne mal bei uns. Alle weiteren Infos findest du auf unserer Webseite und ich freue mich natürlich auch über dein Feedback zu diesem Video, weil es ist mir ein wichtiges Thema. Ich bin gespannt, wie du dazu stehst. Schreib mir gerne mal dein Feedback unten in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, viele Grüße, dein David.